Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen heute Abend hier zum Vorprogramm und jetzt können Sie die Vorprogramm hier auch, weil Sie alle auch irgendwie machen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf Sie erst mal ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Ich möchte jedem, der heute hier eine Ehrung erfährt, meine persönliche Anerkennung und meinen Respekt aussprechen, weil das ist schon etwas Besonderes, wenn Jugendliche und junge Leute solchen Ehrgeiz zeigen und sich so weit nach vorne tun im Sport. Wir wollen heute die Ehrungen vornehmen und ich gratuliere schon jetzt und das durch den Namen der reichlich vertretenen Kreissportkommission, die die Auswahl getroffen hat und des Kreisausschusses ganz herzlich zu den tollen Leistungen, die versehen werden. Und lieber Herr Bürgermeister, wir drücken schon jetzt unserem Idol, dem Stefan Leif, das bevorstehende große Wochenende hier an der Mühlenkopf-Schanze, herzlich die Daumen. Und vielen Dank an das Vorbereitungsteam mit der Punktlandung, dass wir heute den Winter haben. Und auch vielen Dank an den Skiclub Willingen, weil wir hatten eigentlich die Idee, wir nehmen vielleicht ein Zelt vor, dem Weltkaps-Skispringen. Und dann haben die Willinger gesagt, nee, geht mal ins K1, das ist viel besser. Das K1 war da zwar noch nicht fertig, aber die Willinger wussten doch nicht. Ich hoffe, wir haben im Anschluss an die Ehrung noch sehr viel Zeit, hier in dieser einbruchsvollen Atmosphäre mit den großen Kuhglocken auch ein bisschen zu feiern. Und ja, ich sage nur Stichwort Hüttenzauber, da kann dann jeder ein bisschen was zu beitragen. Applaus Applaus Untertitelung des ZDF, 2020